Ah, mit deiner Sniper. Ja, klar. Ah, hab ich nicht aufgepasst. Ja, weißt du, ich war nicht in der Safe, sondern dann hat er mich einfach einmal abgeballert und weg. Ah, Leute, ihr seht's. Wir sind die besten Pros, einmal mal. Ah, wir sind solche Lappen, ey. Ohne Witz. Wir sind richtige Lappen. Ist aber auch nicht leicht, also ich kann dein Zeug einsammeln. Ja, gut. Ja, die sind halt beide hier. Sammle einfach mein Stuff, du bist ja gerade nebenan gewesen, ne? Ja, die ganzen Ficker gönnen sich's jetzt sehend auch. Ja, aber ist ja egal, ne? Wir haben ja noch ein paar. Aber ich komme jetzt dann wieder an. Haben die sich viel von meinem Zeug gesnackt, oder? Die Waffe auf jeden Fall, dein Backpack. Ich habe eigentlich nur Water Bottles und den Wing Kleider. Das ist schon das, was mir am wichtigsten war von dem ganzen Stuff, muss ich ehrlich sagen. Sonst, okay, ja gut, die Haze, die Hatz habe ich noch da gehabt, die Ozi. Ach ja, scheiße, ne, die habe ich nicht. Ich habe drauf gehalten, aber da hat sich jemand anderes anscheinend gesnackt. Ah, die sind jetzt in der Safe Zone drin, ne? Ja, ja, die haben sich alle reingemacht. Okay, ist das sehr, sehr schlechtes Spiel. Sehr, sehr schlecht von uns. Na ja, hoffen wir mal, dass das nächste Mal besser wird, ne? Ja, ach stimmt. Ich komme auch schon wieder zurück, also ich habe hier Bock gleich weiterzumachen. Äh, kannst du sie auf die eine Seite lenken, dann gehe ich von der anderen Seite rein? Äh, weiß nicht, die machen gerade oder Safe Zone da rum. Okay, weil dann hole ich mir die Schrotze und warte, bis da Safe Zone an einer Attack ist. Oh, oh, 10 Minuten, das ist gut. Bis dahin will ich noch wissen, ob da dann Party ist. So, jetzt hoffe ich mal. Du siehst ja, wo ich bin, ne? Ja, ja. Ich muss mir sagen, auf welcher Seite sie sind, weil die haben jetzt zwei Sniper insgesamt. Ich will die alle drei noch wegsnecken, bevor die sich... Also, wenn die sich ausloggen, ist mir egal. Aber... Nicht, äh, nicht hierbleiben und dann die denken, ja, 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 da kann man da bleiben. Das akzeptiere ich nicht. Boah, es macht so Spaß. Gell, Kobi? Ja, ja, es hat was. Es bockt gerade megamäßig. Ich muss dann halt irgendwann wieder Waffen looten oder so vielleicht. Oder wir halt zusammen. Ich hab noch genügend, ich hab noch genügend Waffen. Ja, stimmt. Lass mal echt nochmal Waffen irgendwie uns holen. Ich kann dich noch viermal ausrüsten. Full. Oder, oder fünfmal, fünfmal. Obwohl, ne, öfter. Ich hab, ich hab weniger, ich hab mehr Primary als Secondary Waffen. Die haben's, die haben's echt gewollt. Die haben echt, da, da hast du auch blöd gemacht, weil es in dem Moment, wo, wo wir gesagt haben, komm, lass mal da rausgehen, standen die halt schon auf dem anderen Haus. Hm. Ah, Alter, was geht denn bei meiner Schwester gerade ab? Rape Train. Äh, wo stehen die? Weil dann komm ich jetzt. Ich glaub, die letztlich gerade nicht die Haare füllen oder irgend so, keine Ahnung. Uiuiui, Haare füllen, das ist immer böse. Wie sauer. Wo stehen die sind? Ja, warte, ich muss gucken. Der Steel Gunner ist auch grad reingerannt, glaub ich. Ja, die sind alle drin. Im Global Inventory. Ah, im Global, okay. Ich bin jetzt, äh, wirklich 200 Meter von der Safe Zone entfernt, bei der Bricke. Ja. Andere Seite. Also die sind quasi auf deiner Seite, aber die sind halt drin. Ach, das ist der mit dem braunen Rucksack, auf den ich die ganze Zeit geschossen hab. Ja? Ja, ich hab auch einen mit einem Schuss frontal erwischt, aber der ist nicht gestorben. Ich find's auch scheiße, dass ich verreckt bin und der nicht. Ja. Wie das ist er, der? Hurensohn. Ich lutsch den jetzt erstmal ein. Wie heißt der? Gunmark. Nee, der, der, der hier, der Kackäholic. Ja, okay. Kackähaholic. Ja, der ist halt Kackäh, nee. Fubi? Du weißt, was ich sagen werde, oder? Was? Dass das ein mega schlechtes Wortspiel war. Nee. Akzeptierst du nicht, ey? Nee, mach ich auch nicht. Ich überleg gerade, ob ich einfach die Schrotze nehme, anstatt die Sniper jetzt. Ja, hab ich halt auch überlegt. Aber wir haben keine Chance mit der Schrotze. Auf Distanz zumindest nicht. Das ist halt echt so. Ich hab auch Bock irgendwie welche wegzusnipern, aber ich kann's halt einfach nicht. Ja, weil du einfach scheiße bist. Vor allem, weil ich jetzt wieder Level 0 bin und da ohne Spaß. Man muss vielleicht echt erst skillen, bevor man ein Sniper wird. Ja, sowieso. Du kannst, du kannst, achso, meinst du, Sniper's skill haben, meinst du? Nee, skillen. Not enough backpack space. Ich hab zu viele Schlüssel. Die müssen wir ja auch mal unbedingt usen, ey, da kriegt man auch echt guten Stuff zusammen. Komm, du hast einen Sniper ausgerüstet, oder? Ja. Ich überleg grad echt, ob ich, ob ich, äh, ne Shotgun ausrüste. Ich hab wirklich so viel Muni für die Scheiße, ich muss die jetzt echt mal benutzen. Der ist direkt hinter dem. Wenn die Save-Song gleich an der Attack ist, hau ich denen sofort ne Kugel durch den Rückblick. Ja, ich mach das gleiche, also. Äh, kannst du mir Water Bottles geben? Water Bottles? Ja. Weil, warte, jetzt, äh, nicht direkt hier. Wie viele hat's denn, du? Ah, fünf oder so. Nee. Oh, nee, die hab ich nicht. Nee, drei, drei. Drei oder zwei hatte ich. Nicht viel, auf jeden Fall. Okay, ich fährst hier hin. Hast du meinen Gleiter noch? Ah, ja, genau. Ja. Ich will schließlich in den, in Höhen der Lüfte gleiten. Ja, eigentlich ist es ja meiner, ne? Ach, hast du nur einen? Nee, deinen, deinen hatte ich dir gegeben. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich, ach so, ja, gut, okay. So meinst du das? Ja. Akzeptier ich halt nicht. Komm, Save-Song, dann, dann rotz ich sofort den einen. Du, du, du ziehst auf den Steel Gunman, nicht den anderen, okay? Aber der ist irgendwie so serious, der hat uns nicht wirklich was getan und der ist irgendwie so, neutral, glaube ich. Ja, Steel Gunman. Oder der ist halt bei denen und hat die ganze Zeit gespottet, wo wir sind. Beziehungsweise wo ich bin. Ich würde, ich würde jetzt halt echt, weißt du, dieser Steel Gunman, weißt du, rück dir halt auf die Pelle und stehe dem neben dann. Oder, oder ich mach das jetzt. Und dann, äh, hoffen wir mal, dass in zehn Minuten hier die Party abgeht. Äh, wie viel Sniper, wie viel Schrotzenmoni hast du? Aber dann gebe ich dir nochmal vierundzwanzig oder so. Schrotzenmoni habe ich viel, aber ich habe keine Schrotzen dabei. Achso. Ja, weil der muss schon viele Schrotzen mit. Ja. Also lieber, weil sicher, ich kann, ich kann ja noch, ja, TFC, achso, ja, geht auch. Ich habe, glaube ich, keine TFC. Global. Ne, ich habe keine TFC, ich habe meine verloren. Da war noch was, da war noch was, da war noch was, guck mal, gucken wir mal nach. Doch, TFC Special. Die macht mehr Damage. Ne, doch. Ja. Die macht deutlich mehr Damage. Naja, jetzt mal TFC reindrücken, ne. Die KB, die KB irgendwas ist so schlecht. Die macht nur im Nahkampf Damage und dann noch weniger als die TFC. Wusste ich gar nicht. Nice. Alter, ich hau den so schrot durch den Kopf an. Aber allen hier, hier ist gerade noch ein Newbie. Da kommt noch eine Alter. Alter. Was hat der für... Alter. Der hat die nette Axt, ne. SRP. Der ist von dem Kakerholic angekommen. Wenn hier Party abgeht. Alter, hier werden so viele sterben. Dann werden wir auch verrecken. Wir werden auch verrecken. Wir werden mega mäßig verrecken. Da will ich nicht so viel Muni dabei haben. Komm, dann. Aber schon irgendwie ein wenig Muni will ich schon dabei haben. Ja, weißt du, du kannst die eh nicht aufsammeln, ne. Wenn hier Party abgeht, dann scheißen alle auf den Stuff. Dann nehme ich die UC aber nicht mit. Dann lasse ich die wirklich im Global. Ja. Zwei Waterbottles. Dann Sniper Muni brauche ich auch nicht mitnehmen. Ich riskiere das gar nicht, irgendwas zu verlieren jetzt. Hier ist die TFC dabei. Ne Muni für die TFC und das war's. Und ne Wasserbottel. Nicht mal einen Nahkampf hab ich. Jo. Wie billig ist das denn? Nahkampf hat man immer dabei. Komm. Ich könnte mich sonst nicht mehr verteidigen. Wie billig wär das denn? Ne, aber wenn jetzt hier Party abgehen würde, ne. Stehe ich neben diesen Firebird-Typen. Und rotz ihn weg. Alle rot bei mir. Alle rot umzeichnet. Außer du, du hast doch ein weißes Ding. Boah, das wird so. Was heißt das, wenn wir rot umzeichnen? Mit weißer Brandung ist du ein bisschen bei einer Gruppe drin. Wo bist du? Da. Achso, und rot umzeichnet? Ja. Feind. Clan. Und grün umzeichnet? Freundes Clan. Ne. Oder? Bin mir gar nicht sicher. Bin mir aber nicht sicher. Hier sollte keiner grün umzeichnender sein. Wenn wir einen wegrotzen. Alter, aber die sind brutal hier, die beiden. Dieser Firebird und Cakeaholic, ne? Mhm. Ja. Ich bin doch wirklich... Ach, Cakeaholic! Jetzt raff ich's. Ja, der hat dich ge... Du bist so blöd, ey, ernsthaft? Ja, Mann, ohne Schatz. Stell dich mal hier kurz, stell dich hier neben mich. Mach das mal, stell dich mal hier hin. Ach, geht euch alle durch, ne? Bam, 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 Alter, ich würde das feiern, wenn jetzt die Save's und dann umschlagen. Ohne Witz los, bitte! Oder mal gucken, vielleicht ist schon eine. Ja, Highrise, guck mal. Ne, ne, ne. Ja, klar. Die ist vor zwei Minuten gekommen. Naja. Ja, die ist aber noch nicht... Das haut total hin von der Zeit her. Die war schon. Ne, ne, ich bin... So lang bin ich noch nicht hier, zehn Minuten sind wir noch, bin ich noch nicht hier. Doch. Da steht hier seit Gunmark noch, weil ich will, dass die alle auf einfach aufzunehmen. Bam, 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 bam. Da wär's mir scheißegal, wenn ich verrecke, ernsthaft. Ich bin hier rein und dann stand's nämlich da, dass... Also, dass bald eine Save's on the attack ist und das ist schon bestimmt zehn Minuten her. Ne, ne. Doch, ohne Witz. Ne, 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 ne. Alter, ne, ich lock mich jetzt aus. LOL, LOL, schieß, schieß, schieß! Ja, killt mich schon wieder, Cakeaholic, ich fass es nicht. Alter, der andere hat mich auch gekillt. Was ein Scheiß, hey. Team Brainless has been killed by... Boah, fuck, Alter, weißt du... Hm, bist du ein Mongo, du hast mir gerade gesagt, nee... Nee, das wird nicht sein. Ja, Alter, das war das für die Scheiße. Alter, dieser Cakeaholic, so ein Arschloch. Was hat der für eine Waffe? Savezone oder World? Aber ich hab dem megamäßig einen reingedruckt. Und ich war so im fucking Inventar drin, du meinst. Ich hab voll auf den Newbie geballert, Alter. Tut mir eigentlich total leid. Das hat kein Damage gemacht, ne? Ja, ne, irgendwie nicht. World oder Savezone? Ich bin jetzt in der World gespwned, aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Ja, okay, ich bin im Riverside Outpost. Ja, Mann, ich kann nicht mehr. Ich hab alles verloren, was ich hatte und bin jetzt in Rage-Mode. Rage-Mode? Ich muss jetzt was spielen, was ich kann. Okay, Warframe? Nee. Gut, dann, Leute, ihr habt's gehört. Wir haben Spaß gehabt, megamäßig gefehlt. Ja, wir müssen halt echt noch üben, damit das in Zukunft was wird. Äh, ein bisschen. Alter, ist halt echt dreckig. Du bist einfach scheiße, weißt du? Ja, was ist denn das für ein Bastard, dieser Kakeaholic, ey? Kakeaholic, genau. Ja, Mann. Er hat's mir vielleicht faustig hinter den Ohren. Ich hab jetzt Bock, mit dem Sniper in Richtung den Outpost zu gehen und gucken, ob die in Richtung kommen. Ich hab halt nur ein Messer, Alter. Ich geh trotzdem rein und meuchel die jetzt noch um. Wo bist denn du gespawnt? Über der Safe Zone. Welche? Ja, Trainyard. Aber die machen die auch grad ganz, also das hat überhaupt keinen Sinn, ey, was die für Waffen haben. Das geht gar nicht klar. Ich glaub, ich hab grad einen gesehen. Das sind null Chancen. Ne, da war keiner. Okay. Ich dachte, ich hab grad einen Spieler gesehen. Ich hab ne Wachen. Cool. Gild. Ich hab nix. Ich muss durch Never Reaper Gebiet durchlaufen. Es ist immer so deprimierend zu sterben und es sieht immer so traurig aus. Oh, ich könnte jetzt so mega in diese Saison rein snipen, ey. Ach, du bist da schon da? Ja, ich bin bei Trainyard. Boah, Alter, ich bin halt nicht mal ansatzweise in der Nähe. Ich bin drüber gespawnt, hab ich doch gesagt. Ich snack mir grad Quickspeed Energy Bars in der, äh, weit unter, äh, Westview. Ich würde sagen, ich versuch's jetzt einfach nochmal, aber das Geld, das ist so mega kacke, aber ich mach's trotzdem. Das sind 300 Cash, das ist nix. Boah, ich hör die ganzen Schüsse hier, ne? Ich geh da jetzt so ein bisschen sneaky gleich rein. Du hast, du hast nur ne Warren. Ja, mit 5 Schuss. Der sieht mich nicht. Bitte seh mich nicht. Ich hab nur ein scheiß Messer. So, die Aktion versuch ich jetzt nochmal. Haha, dieser Gunmark ist gestorben. Echt? Ja, er ist vor mir hier. Von wem? Äh, ja gut. Ich würde ihm im Chat schreiben. Nein! Nicht angreifen! Fuck, ich taute gerade. Alter, die ballen hier alles ab, ne? Lauf, du Fotz. Ich versuch mich da rein zu sneaken. Und diesen Cake-Aholic noch wegzusnacken, ey. Fuck, mich hat ein Vieh gesehen. Du kriegst keinen von denen. Ja, doch, wenn die's nicht checken. Nicht hier mit der Warren im Kopf baller. Hast ja eh nix zu verlieren, ne? Ja. Das ist es, ja. Wenn die's nicht rafen, kann ich's ja weg-snacken. Ich geh nach Westview. Hinterhalt überlebt eigentlich niemand. Ich geh nach Westview, pack mir die Crew ein. Und lauf langsam in Richtung, äh... in Richtung Trainert, okay? Okay. Weil's das lustig ist. Was haben wir gerade eben nochmal gesagt gehabt? Boah, ne, ich hab Bock mehr, Alter. Ich will hier Pause machen. Ich verrecke hier die ganze Zeit. Was machen wir jetzt gerade? Party-Order? Hast du wieder so... Never, never hält einen auch fest. Never ist so ein Arschloch, der... Ah, der hier ist ein Mantis, ein Golem und alles. Ja, die soll... Du lebe ich nicht. Du musst nur, weißt du, Du musst nur reinlaufen und dem Typen einen geben, dass er stirbt und fertig. Dann hast du schon... Dann hast du schon dein... Objektiv... Äh, dein... Okay, ich muss zu Westview rennen, da mir ist ein Shrieker her. Ich renne jetzt gerade durch die Reaper-Zone, ne? Hier sind zu viele Viecher, Mann. Das brauche ich nicht. Ich verreckt euch an den Viechern hier. Siehst du die Typen nicht? Ne, ich bin nicht drin. Ich werde sie schießen, mit der TFC. Bin ich waffe. Glaub ich. Oh, warte, ich glaube, die sind draußen. Ja, hier ist einer. Aber das ist keiner von denen, shit. Wie heißt der? Der habe ich auf dem anderen. Der ist aus Sota. Okay. Töt ihn. Er hat es nicht verdient. Nein. Spaß. Hab ich den getötet? Ist das rot? Sota-Typen? Ja, ich stehe gerade nicht mehr. Ich sehe ihn auch nicht mehr. LOL. Schüsse. Los, Quickspeed Energy Bar. Bring mich in die Safe Zone. Das waren die Schüsse von diesen Mafakern. Keiner hat mich gesehen. Nein! Rein, rein! Ich sitze gerade in der Safe Zone drin, Alter. Ja? Ja. Alter, ich sehe es. Scheiße. Ich könnte es jetzt mitverfolgen per Map, aber ich rüste mich jetzt aus und komme hinterher. Der ganze Loot hier. Da liegt mega viel Zeug von Viechern, oder? So, jetzt habe ich meine ganze Schüsse an Vieh verschwendet. Und ich bin tot. Bei was? Mann, warum dieses Fick-Spiel? Es macht überhaupt keinen Spaß. Ah, geil. Tattoo Panda, ja, das ist die Schwuchtel von Sota, ey. Ja, das war der. Fickt euch alle ins Knie, spielt nie wieder Neta. Disconnecting, weil, weil... Aber komm ey, wir versuchen das noch. Nein! Gib dem Spiel noch eine Chance, bis ich da bin. Nein, meine, das Spiel ist einfach scheiße. Das sind alles Hohnsohn-Spieler, die das spielen hier. Ich feier's. So. Ich habe jetzt ein paar Schüsse für die Sniper. Quickspeed Energy Bar. Dann kaufen wir uns noch was zu essen hier. Bisschen disconnected? Ja! Pussy, Alter. Ne, ist doch hier, aber ohne Spaß, ey. Das bockt überhaupt nicht. Komm schon, try it, bitch. Weil ich auch einfach zu behindert bin, das zu spielen, weißt du? Ich bin auch zu behindert, das zu spielen. Lass uns zusammen behindert sein. Wuhuuu! Das ist ja was bei rauskommt, Alter. Ich verliere meinen ganzen Scheiß Stuff. Wow. Ich glaube auch, ist doch geil. Ja, ist tarotig, ey. Ich glaube, ich nehme jetzt sogar extra Päckchen mit. Für, von, von hier zum Trainert Outpost. Das wäre so blöd und unnütz, aber ich tue es. Wenn ich eins finde. Ich glaube, es gibt gar keins. R, T, O, L, S, Z. Aber ich habe diesen einen Typen gesehen. Der eine von denen rennt in Richtung zu denen. Komm, eine Sniper kann ich noch opfern. Wenn ich die verliere, dann gebe ich es auch auf. Für heute. Aber ich spiele heute Abend noch, äh, ich spiele heute Abend noch mal eine Runde mit, mit Serbi. Der ist ja gut. Der ist mega gut. Okay, ja, wenn du das machst, dann kannst du mir nochmal Bescheid sagen. Je nachdem, wie ich lustig bin, mache ich damit. Der Typ hat auch schon 400 Player Kills oder so. Über 300 Spielstunden. Weil ich feiere, ich feiere ihn einfach. Er ist einfach richtig cool. Schrieker da hinten. Ungeil. Nein, nein, hast mich nicht gehört. Nein, nein, nein. Nein, nein. Hm, hm. Stimmt nicht. Du siehst mich nicht, Schrieker. Hör auf, hinter mir herzulaufen. Ich bin kein, ich bin kein Spieler. Nee, hör auf damit, Schrieker. Das ist nicht freundlich. Kubi, jetzt vorausgesetzt. Ja? Ich würde die jetzt noch wegballern. Oder wegkriegen, ne? Ja? Was würdest du dann tun? Wenn ich das doch wirklich schaffen würde, die wegzuficken. Dann würde ich selbst noch begehen. Dann würde ich dich feiern, Alter. Ja, gut, würde ich auch. Vier. Draufbleiben und... Über Crawler entgegen, ey. Gefällt mir gar nicht hier. Dislike. Die spawnen auch teils in dir drinnen, ne? Echt? Ja, manchmal. So. Komm, ich geb dir. Ich krieg mit dir. Hold E to search. Fuck off Insektenspray. Yay. Brauch ich natürlich. Kriegst du so oft und es bringt nix. Ja, Ken Gun. Ja, gut. Das war's halt auch schon. Ja. Okay, wenn man genau guckt, sind alle anderen Waffenteile genauso. Gun Mark has been killed bei Tattoo Panda. Ja. Aber das ist nicht der Dumme. Tattoo Panda ist nicht mit dem Team. Gun Mark, ach Gun Mark Diva gar nicht von denen. Ja. Seht so an der Attack 66%. Das heißt so viel, dass die da, ähm, nicht geschafft haben, die zu saven. Krieg ich nicht geschissen. Kannst du vielleicht noch Loot einsammeln? Ich, äh, guck grad mal, ob ich auf dem Weg noch irgendwas nützliches finde. Da oben ist nix. Hold E to search. Gorge Barrel. Gorge Barrel ist gut. Hey, wenn ich jetzt einen kommen sehe, ich leg mich hier und baller die weg. Nee, nee, die haben mich zweimal getötet. Und einmal wollten wir es wirklich tun. Das eine Mal mit der TFC, das fand ich unfair. Fuck, Alter, da ist ein Hunter oben. Nice. Kann auf das Haus drauf? Kann da drauf, Alter, nice. Alter, Kubi. Hm? Ich hab den Mafaka-Camperspot gefunden. Echt? Ja. So. Daneben geguckt erst mal. Ich seh keinen in der Umgebung, wenn wir rumlaufen. Crawler. Crawler. Ich bin auch noch ein dreckiger Sniper, muss ich halt echt zugeben. Alter. Gerade eben hast du so ein ganz leichtes Geräusch mit der Tastatur, glaub ich, gemacht. Ich hab mir schon gedacht so, ich hab mir schon gedacht so, alter, ich stirb. Ich stirb, ich stirb gleich. Ich will mir den Hunter da nicht geben. Ich hab's ja letztendlich killed bei Tatoopanda. Also hier grad keine großen Spielerbewegungen. Ich guck auf mich aus der Entfernung. Aber dieser Gun Mark D, der ist doch gekillt worden von denen, ne? Ja. Ja, ich warte die ganze Zeit auf den. Ah, der Hunter kommt auf mich zu. Ficken. Ich hab eben drei Schüsse gebraucht, um einen Hunter zu töten. Ah. Not cool. Not cool? Ja, ich könnte auch sagen, sehr ungeil. Es hätte aber nicht so viel Effekt, weil es nicht englisch wäre. Stehst du? Oh, Eto Unlock. Lass mal, komm mal. Pick up Demon Hunter Maske. Wow. Wow, es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin wirklich froh mit dem, was ich gedroppt hab, als ich gekriegt habe. Zugegeben, ich sehe da keinen Schwanz. Ah, die Safe Zone ist auch wieder klar. Naja, komm. Da ist ein Spieler. Boah, der tut mir jetzt schon leid. Wenn, wenn's erwischt. Ich glaub, es ist dieser Gunmark, Tüppi. Den fick ich weg. Das ist mir jetzt egal. Der hat's verdient. Zu sterben. Er ist Zeitzeuge, deswegen. Da musst du kurz stehen bleiben. Der ist auch blöd. Wo läuft denn der lang? Oh, ich muss essen. Hab grad eben gehört, dass ich essen gehen muss. Ach, ficken. Ich hab Luftanhalten nicht geskillt. Fuck. Spring, komm. Lauf mal wirklich ins Gewehr rein. Drecksmongo. Ja, ich hab's gehört. Juhu. Oh, komm, ey. Oh, da hätten sie sich ein Golem rennen. Hat jemand eine Golem Potion genommen? Kommt grad angerannt. Da hat dann echt so eine Golem Potion genommen. Weg. So, weggemacht. Gut. Damit hab ich die letzte gute Tat des Tages vollbracht. Würde ich sagen. Ja. Bin ich auch der Meinung. Oh, lol. Ich dachte grad eben, dass der eine zu mir gekommen wär. Die Schüsse ich gebraucht hab, um den einen zu töten, hey. Zehn oder so, bis der... Da hinten seh ich sie. Da hinten seh ich sie. Die ficke ich weg. Die krieg ich. Du kommst da nicht lebend raus. Jetzt pumpt bei mir wieder. Jetzt pumpt bei dir. Halt nur auf dieser Golem-Töppi. Ich glaub, der ist von denen. Ja, der scoutet von denen. Boah, wenn man hier da gut gehört, dann kann ich die Aufnahme grad wegwerfen. Ich seh schon gleich, kommt einer von hinten, ballert mich weg. Ja, jetzt hat er mich gesehen, der Golem-Töp. Ist das ein Golem als Spieler, oder was? Ja. Woher weißt du das? Weil der mich angreift und auf den Turm rennt. Oh. Ja, komm. Er ist bequillt bei Golem. Switch. Jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Tschüss, Leute! and starten die jetzt.